Er sieht irgendwo auf der Map, das langsamer... Ach komm, ihr verarscht mich doch, oder? Oh, eiskalt abgefrühstückt! Konnichiwa ihr Ninjas da draußen! Heute wieder zu einer Folge Curve Fever mit Fresh Fries und i4 Hallo! Und meine Wenigkeit, MG muss mit! Heute bin ich mal die Faust! Die Faust der Gerechtigkeit! Willst du trotzdem elendig verkacken? Nee, nee Ah! Shit! Ich mach mich mal langsamer... Schneller hat bei weitem nicht so lange hergehalten Oh! Er wird schneller Der Lacker kommt durch! Fuck! Aber jetzt! Nein! Nein! Oh! Das war eine Millisekunde, Junge! Ich bin echt nur noch im Kreis gefahren Mann! Ich hab halt den Kreis nicht mehr hinbekommen! Du Assi! Du Dreckslacker! Oh, erstmal dicker, ne? Ja! Na, was mach ich? Gegen die Wand fahren! Nein! Fuck! Das ist wieder instant von mir aufgeplüppt! Na, i4? Ich wollte ihn eigentlich nur dicker machen! Ja! Selbst so kommt er durch die Lücke! Was soll der Witz? Äh, wer startet da in mir? I4, geh weg! Na? Wolltest du das? Nein! Dachte ich mir! Den Sicherheitskreis wieder ums schneller gezogen! Jawoy! Das war lucky! So muss das sein! Dass ich erst nicht in i4 reinfahre! Ei, ei, ei! i4 Erster, ja? Das geht so nicht! Alle da auf i4! Würde er sagen! i4 dominieren! Er macht mich dick! Ah! Ah! Boah! Mach halt Flash zu! Warum? Wir müssen alle auf i4! Mach halt Flash zu! Ne, ne! Boah! Boah! Das wär luck gewesen, wenn du das geschafft hättest! Das wär so gut gewesen! Ei, ei, ei! Ohne Scheiß, wie sie das Spiel einfach nicht abnutzt! Na, i4 macht sich schon wieder langsamer! Kann ihn aber nicht abfrühstücken gerade! So machst du sowas nicht! Er will noch langsamer werden! Nein! Ja, ich hab i4 geholt! Fuck! Hahaha! Alle aufmg jetzt mal hin! Ne, ne! Wär übertrieben! Ah! Der macht sich schon wieder langsamer! Ah! Ah! Ich komm nicht rum! Hey! Ich hab doch schon 5 mal dazu gemacht jetzt! Nein! Reicht halt nicht für i4! Der kommt durch die kleinste Lücke! Uiuiui! Shit! Genau jetzt! Ja! Anders wär blöd gewesen! Anders wär's ja blöd gewesen! Und da hätt's ja auch jeder gekonnt! Ja, geht doch! Er kommt da raus! Nein! 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 Kommt er nicht! Boah! Nicht wahrensatzweise! So ein bisschen! Alles noch gut! Am Anfang bringt das eher weniger! Ey, 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 ey! So haben wir nicht gewettet! Ah! Fuck! Ich würd hoch müssen! Da war Fresh schon! Lang, lang ist her, aber er war dort! Ja! Ja! Herr Pistel ist schon wieder erster! Hallo! Jetzt reicht's mal! Was?! Nein! Komm! Na ernsthaft! Ja, ernsthaft! Oh mein Gott! So ne mega riesen Lücke da raus! Ja, genau im richtigen Moment! So muss dat, ne? So muss dat! Ah, Fresh zieht schon wieder in der Mauer! 1-0 Dortmund! Schön für dich! Nein, ich krieg die Kurve nicht mehr! Na, ich komm da natürlich! Das war jetzt zu voll! Aber auch nur, weil du zu dünn warst! Einmal in deinem Leben ist er dünn! Ne, ich war schon mal dünn! Ich hatte früher Untergewicht! Glaubt man nicht, aber ist so! Ich hatte früher Untergewicht! Glaubt man nicht, aber ist so! Fuck! Ne! Oh! I4 macht mich auch noch schneller! Ja! I4 kann's! Ja gut! Kurvst hier rum wie ein Beknackter, aber gewinnst trotzdem nicht! Was mir hier ein bisschen in dem Modus fehlt, oder in dem Curve Fever fehlt, ist der Radiergummi! Kann man glaube ich noch freischalten! Wirklich? Ja, ich glaub schon! Ja, ich werd schon wieder das langsamer gesehen! Er sieht irgendwo auf der Map das langsamer! Ach komm, ihr verarscht mich doch, oder? Oh, eiskalt abgefrühstückt! Ich hab gar nicht auf dich geachtet, ehrlich gesagt! I4 wollte mich, du wolltest I4! Ne, so hat's geendet! Spuri! Spuri stupst mich grad an! Wer stupst dich an? Spuri! Spuri? Wieso stupst dich Spuri an? Keine Ahnung! Wenn du halt streamst! Keine Ahnung! Huh! I4! Was hat I4 damit zu tun? Ich hab dich geholt! Ja, trotzdem! I4 hat sich da in den Weg gestellt! Nein, komm ich nicht mehr rum! Der erholt sich selber! Eieieiei, jetzt hat mich I4 überholt! So geht das aber nicht hier! Na, alle auf I4! Ne, eher auf Fresh! Nein! War ein geiler Crash! Und ich krieg keinen Punkt! Was? Du bist auch noch gecrashed? Ich hab das gar nicht gesehen! Ich dachte, du wärst nicht gecrashed! Wie geil! Ich krieg keinen Punkt! Was ist denn das für'n Scheiß? Ich hab direkt zwei bekommen! Oh! Jetzt müssen wir auf Fresh gehen! Komm! Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw dass ich hier am meisten Platz hab, ne? Ah, so ein bisschen. Eif, lass mir Platz! Mann! Lass mir ja keinen Platz, du Spinner! Sogar noch gewonnen, weißt du? Ja. Ei, ei, ei. Kann mir Eif hier keinen Platz lässt. Mimimi. Mimimi. So, komm. Schalt den Radiergummi noch frei. Den wir können. Gibt's hier überhaupt einen Radiergummi? Ich glaub, es gibt gar keinen. Das, was ja alles noch gesperrt ist, sieht nicht nach dem Radiergummi aus, oder? Weiß ich nicht. Ich seh's nicht. Ja, du hast doch selber da recht, so, Symbole, oder nicht? Ja, aber ich seh die ausgegraut nicht. Gar nicht? Nee. Okay, warum? Ja, weil du Horst bist. Ach so, okay. Könnte eine Begründung sein, ne? Eventuell. Hast du die Farbe gewechselt, Eif hier? Ja. So machst du sowas. Ah! Ich hab mich selber ausversichtlich noch schneller gemacht. Man! Das geht so nicht. Oh, der Lacker! Oh, dann macht er keine Lücke mehr. Weißt du? Dass du da alleine durchkommst, was ist los? Das ist schon fast frech, ne? Ja. Oh, ja. Mensch! Hätten wir ne Millisekunde her gestartet, Joker Cowboy. Das wär mal ab Frühstücken gewesen. An Eif hier nochmal ne Lücke. Oh, hier komm ich noch durch! Guck mal da unten! Du Lacker. Oh! Oh! Nein! Ach komm! Im Case vom Wien gestorben. Das gibt's nicht! Halten wir MG auf null? Nein! Ababababah! Zumindest einen Punkt. So, null Runde für Fresh. Fuck! Oh, ich mach nen Punkt, für das, dass ich nix drück. Eigentlich schon fast gut. Also auf Eif hier. Ne, ne. Nein, ich komm nicht durch. Ja! Ich wollte auf Eif hier gehen. Natürlich. Ne, ne. Ne, ne. Er zieht schon wieder seine Linie. Ne, ne. Du immer und deine Linien. So. Ah, ich fahr gegen die eigene Linie, ne. Stimmt ja, Eif hier ist ja der Lückenmaster. Nicht das schneller einsammeln. Ne, er fühlt sich erst mal zweimal langsamer. Der Pisser. Ohne Witz. So, da hat er so viel Platz auch noch. Er macht alle drei, drei Millimeter, macht er ne, ne Lücke. Ich will aber nicht, Dicke. Musste aber. Uh, das war knapp. Mann, Eif hier, mach mir. Nein! Oh, Lücke. Das ist mal wieder hochgetrieben hier. Ah, shit. Da hat er genau in mich rein, nice. Ich dachte, ich habe ich den Schlitz. War halt nicht so. Eif hier hat sich zumindest schon mal ein Polster aufgebaut. Ja, das holen wir jetzt. Alle in dieselbe Richtung und im Kreis fahren ist blöd. Danke. Eif hier, was machst du denn für einen Scheiß? Ja. Dann bin ich schön geascht, Dicke. Da ist dein Vorsprung wahnsinnig schnell weg, wenn du so weitermachst. Ne, ne. Eif hier, mach dich halt nicht permanent langsamer. Dann kannst du auch mal was unternehmen. Ah, hoch! Ei, ei, ei. Ah, kriegst du es? Jetzt könntest du es kriegen. Will er aber nicht. Ah, ich ziehe es so früh hoch. Mann! Eif hier, jetzt darfst du mal wieder was unternehmen. Ja, ich versuch's. Merk mal nix von. Da ist ein langsamer für dich, Eif hier. Ah, ich wusste, dass du zuziehst. Natürlich. Was soll ich sonst machen? Jetzt hab ich erstmal das langsamer ein. Wieder nochmal Geschwindigkeit. Ja. Jetzt schaffst du nicht. Jetzt gibt's nicht, der Laka. Jetzt war vorbei. Jetzt kam die Geschwindigkeit hinzu. Das war vorbei. Ja. Oh, Mann. Selbst ich komm jetzt schon langsam ran, Eif hier. Jetzt mach mal was. Du willst doch gewinnen gegen Fresh. Was gibt's, Eif hier? No. No. Nein. Ja gut. Erstmal, nein schreit. Du wusstest ja schon, was passiert. Das war jetzt keine Überraschung mehr. Risiko. Der sammelt das doch nicht ein. Ne, ne. Ich komm durch den Schlitz nicht. Na, Eif hier ist gut dabei. Ja. Also immer doch mal guter Dinge. Hallo auf Eif hier. Fun fact, ich hab grad nicht mal hingeguckt. Ich hör nur das Dünge und den Kacke. Eif hier. Sorry, ist Eif hier in die andere Richtung. Ne, ne. Kann ich auch, Eif hier. Da unten ist ein schneller machen. Will das wirklich holen? Jetzt nicht mehr. Ich hab ne Lücke, fuck. Ja, da links. Oh, er kommt durch. Eif hier kommt schwer weg. Ohne da so ein schneller einsammelt. Nein. Yes. Oh, Alter. Scheiße, ich hätte einfach nur runterfahren müssen. Warum wollte ich rüber? Ja, weil du das schneller eingesammelt hättest. Deswegen wolltest du nicht. Der Twiggen. Eif hier ein langsamer für dich. Er lacht schon so hämisch. Noch mal ausgewickelt, Kollege Bratwurst. Natürlich. Fahr doch in mich. Ja, wovon. Oh, komm. Gerade noch, dass ihr die Kurve... Ich dachte schon, die Kurve wäre noch rumgezogen. Verschwieselt sich nur. Ach, komm. Oh, Gott sei Dank. Ach, Eif hat einen Punkt bekommen. Fuck. Deine Kacklinie am Anfang immer. Ich muss nochmal gewinnen. Eifi darf nix heißen. Ja, und dann kassiert MGM mich ab. Ja, natürlich. Jawoll. Natürlich. Ja, war eh schon die zweite Runde. Ging ja schnell. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Hier am Schluss sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.